Ah, jetzt erstmal noch einen schönen Film schauen und dann noch einen schönen Abend genießen. Oh shit, warte mal. Was macht ihr denn hier, Leute? Mist. Servus, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge LSBDFA nach diesem kleinen Gag am Anfang. Ja, sehr witzig war ich. Wir haben auch schon den ersten Einsatz reingekriegt und wir sind heute unterwegs mit diesem schönen Polizeimotorrad. Und so, fahren wir mal zu diesem Shop hin, da wurde nämlich gerade, ja, eingebrochen, beziehungsweise was geklaut. Mal schauen, ob da nur der Zeuge vor Ort ist, also der Chef hier, das ist die Dame hier, ja, guten Tag. Wo ist denn der Ganove? Da hinten, okay, dann schauen wir mal rein. Ja, ich grüße sie, okay, sie hat hier was mitgehen lassen anscheinend. Okay, und das ist schon öfter passiert, boah, 244 Euro, beziehungsweise Dollar hat sie gestohlen, das ist nicht wenig. Und die Verdächtige, ja, weist sie ja die ganze Schuld von sich, will davon nichts wissen. Also, ich glaube hier mal diesem Security-Mensch, weil die Dame, naja, ich weiß jetzt nicht, ob man der hier wirklich glauben soll. So, ich rede erstmal hier mit dir. Guten Tag, können Sie mir bitte erstmal den Ausweis geben, das würde uns schon mal hier gut weiterhelfen. Kate Johnson, alles klar. Dann werde ich die Person erstmal abchecken. Hallo, Handzentrale, Kate Johnson mal bitte abchecken. Also, sie wurde bisher noch nicht, ähm, irgendwie, ja, straffällig oder sowas. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so Schönes machen können. Ja, kommen Sie erstmal hier mit aus dem Laden. Also, ich kümmere mich jetzt hier um die Dame. Ähm, vielen Dank für Ihre, ja, detektiven Meisterleistungen, die Sie hier an den Tag gelegt haben. So, kommen Sie mal raus, schauen Sie mal mein schönes Motorrad an, damit bin ich heute gefahren. Ah, Kollegen sind drüben. Ähm, okay, ich, bleiben Sie mal kurz erst stehen, ich muss meine Kollegen hier drüben mal kurz beruhigen. Hallo, ähm, wir haben hier eigentlich alles unter Kontrolle, dürft euch eigentlich schon wieder verpissen, okay? Sie kleine, haut ab. Okay, alles gut, alles gut. Ja, okay, die wollen hier unbedingt mir Rückendeckung gegeneinander entscheiden. Die denken, die Frau wird hier noch gleich ein Messer zücken. Was haben Sie denn hier gemacht? Erzählen Sie mal. Ja, okay, Sie sind hier so unfreundlich, ich würde mal sagen, ähm, ich mache hier ganz kurz einen Drogentest, ob die Frau vielleicht auf Drogen war und deswegen vielleicht was mitgehen lassen hat. Aber wahrscheinlich hat die einfach so einfach was geklaut und dann würde ich sagen, verhaften wir die Frau, holen hier einen, so einen Abtransport, genau. Also erstmal verhaften wir die. Sie sind hier beschuldigt, diesen Job ausgeraubt zu haben. Ähm, wir nehmen sie jetzt mal hier mit aufs Revier, weil sie hier anscheinend nicht so kooperationsbereit sind, sonst hätten sie auch einfach gehen können und wir hätten sie einfach nur angezeigt. Aber wenn sie hier so stillschweigend rumstehen, dann müssen wir eben zu anderen Maßnahmen greifen. Mein Kollege wird sie ja gleich abholen und ich warte hier natürlich schon schnell, dass die Frau hier nicht abhaut. Die Kollegen haben sich jetzt auch mal beruhigt, ja, hallo. Ach, geil, die nehmen die gleich mit. Ja, perfekt. Schön. Dann würde ich sagen, haben wir hier den Einsatz erledigt und können, oh, vorhin könnt ihr mal ausmachen, und können hier weiter auf Streife fahren. Vielen Dank nochmal, Kollegen. Danke für die, äh, ja, Rückendeck und alles mögliche. Wir sind hier heute mal übrigens ein bisschen in der Strandgegend unterwegs, weil hier waren wir eigentlich noch nie in den ganzen Folgen. Deswegen habe ich mir gedacht, wäre das eigentlich mal eine ganz geile Sache. Und ich wollte auch noch dazu sagen, letzte Folge war ja ein bisschen chaotischer. Wir hatten eben wie eine Kreissäge am Ende der Zugriff. Was mache ich denn jetzt? So, den sägen wir jetzt hier raus. Wir hatten irgendwie richtig viele Bugs und einige Sachen haben nicht funktioniert. Das liegt einfach daran, weil die, ähm, Version von LSPD-FA einfach nicht mehr auf dem neuesten Stand war. Das habe ich jetzt aber auf jeden Fall geändert, habe alles nochmal neu installiert und das müsste jetzt eigentlich wieder gut funzen. Ähm, ich fahre ja gerade am Parkplatz vorbei. Und da hat dieses, diese Alarmanlage für mich zum Autostock gerade losgegangen. Der wird mir auch schon unten markiert. Ich glaube, den ziehen wir gleich mal raus hier. Bleiben Sie mal bitte stehen hier. Oh, das ist jetzt nicht so gut, wenn er hier... Okay, okay, okay. Okay, er hat einen umgefahren. Alles klar. Wir müssen uns schnell um die Person kümmern. Hallo, geht's Ihnen gut? Oh, Mist, 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 Mist. So, ich hole jetzt erstmal schnell für diesen Mann hier einen Rettungsdienst. Okay, Rettungswagen ist erstmal unterwegs. So, und sie steigen hier aus. Mann. Oh, der ist schon ausgestiegen. Der läuft schon da vorne. Und Rettungsdienst werden natürlich auch durch die Fußgänger gezogen. Vielen Dank. Ja, also Rettungsdienst und Polizei sind einfach immer die besten Freunde. So. Guten Mann. Guten Mann. Guten Tag. Schön auf den Boden legen. Sind hier erstmal verhaftet. Wegen Autodiebstahl. Schön die Hände oben lassen. So, ich werde sie erstmal festnehmen. Und dann werden wir hier alles weitere... Ähm... Ja, werden wir uns dann später kümmern um alles weitere. So, kommen Sie mal mit. Beziehungsweise ich rufe jetzt schnell... ...einen Abtransport für Sie. So, Abtransport ist gerufen. Die Kollegen dürften endlich gleich vor Ort sein. Ah, da hinten fahren sie auch schon rum. Sehr cool. Dann können wir... Ich warte nochmal kurz, bis die da sind, dass der nicht wegläuft. Okay, da hinten kommen die Kollegen aber schon. Ja, okay. Das dürfen die hinkriegen, denke ich. Auf die paar Meter. Wenn sie jetzt nicht gerade ein bisschen rumcrashen. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns noch drum. Genau. Bist du nicht Presslufthammer von der letzten Folge? Presslufthammer? Bist du es? Ich glaube, das ist Presslufthammer. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Boah. Okay. Aus, wir sind hier drauf gehüpft. So, den Wagen werden wir natürlich jetzt auch abschleppen lassen. Der Abschleppwagen dürfte dann auch bald unterwegs sein. Und dann können wir hier wieder weiter auf Streife fahren und auf den nächsten Einsatz warten. Ein verdächtiges Fahrzeug scheint sich hier in der Strandnähe zu befinden. Da werden wir auf jeden Fall mal hinkruisen. Na, vielleicht nicht instinkt. Na, vielleicht nicht instinkt ein Blaulicht. Okay. Das dürfte hier dieses Motorrad sein. Was hier ist? Illegales Fahrzeug. Ja, der ist echt flott unterwegs. Fährt hier über die Stoppschilder und jetzt hier in diesen Fußgängerbereich rein. Oh shit, den ziehen wir uns raus. Den ziehen wir uns raus. Halten Sie sofort an. Boah, der ist natürlich, ist echt gut, dass wir hier das Motorrad jetzt haben, weil ich glaube, wenn wir mit dem Auto nicht herfahren würden gegen so ein Motorrad, das Motorrad ist halt viel wendiger. Da haben wir jetzt echt einen richtig guten Vorteil. Jetzt fahren wir dem noch fast rein. So, was macht der jetzt? Der fährt ja ein bisschen rum. Ich würde sagen, wir fordern hier auf jeden Fall mal noch eine zweite Einheit an. So, wir haben eine zweite Einheit auf jeden Fall angefordert. Jetzt wird es halt echt gefährlich, weil wir brauchen jetzt nicht mit 100 kmh durch diese Fußgängerzone durchrasen. Jetzt ist er gefallen. Jetzt ist er gefallen. Okay, hinterher, hinterher. Bleiben Sie sofort stehen. Stehen bleiben. Okay, Kollegen sind auch schon da. Haltet ihn. Aber sofort auf den Boden, mein Freundchen. Auf den Boden. Auf den Boden. So. Ich werde es jetzt festnehmen. Okay. Mein Kollege wird ihn jetzt verhaften und dann auch direkt mitnehmen. Sehr gut. Erstmal überprüfen wir den Kollegen hier mal. Brian Jackson. Mhm. Mhm. Gut. Also, er ist nicht irgendwie gesucht oder hat irgendwelche Verbrechen schon begonnen und der hat auch einen gültigen Führerschein, aber der riecht ganz schön nach Alkohol. Ich glaube, wir würden hier mal einen Alkoholtest durchführen. Oder war es mein Zugkollege? Mein Kollege macht es direkt mal. Und was kommt raus? Und was kommt raus? Was kam raus, Fritz? Oh. 0,242%. Das ist ziemlich viel. Ich glaube, es müssen 2,4 Promille sein oder so. Das ist echt heftig. Ähm, Freundchen. Du hast ganz schön viel getrunken. Ich hoffe, Drogen hat er keine genommen. Überprüft es mal, Kollege. Drogentest ist glücklicherweise negativ. Was hast du hier so gemacht? Okay. Er hat anscheinend das Recht zu schweigen, meint er. Wo sind sie hergekommen? Okay. War bei einem Kumpel. Und wo wolltest du hinfahren? Okay. Er wollte vom Kumpel heimfahren. Beim Kumpel hat er wahrscheinlich ziemlich viel getrunken. Und jetzt ist er bei uns gelandet. Gut. Dann werde ich hier erstmal einen Abtransport rufen. Beziehungsweise mein Kollege wird ihn wahrscheinlich mitnehmen. Dann gehen wir erstmal vor und werden uns auch noch um das Motorrad kümmern. Das werden wir natürlich selbstverständlich auch noch abschleppen lassen. Das kann hier nicht in der Fußgängerzone einfach rumliegen. Und sie haben auch Spaß beim Hüter anschauen. Hallo? Ah, da kommt schon der Pick-up. Ich glaube, der nimmt... Ah ja, der hat das Motorrad schon aufgeladen. Ja, perfekt. Der war ja schneller, als ich da schauen kann. So will ich das sehen. Da mache ich ihm erstmal Platz. Erstmal das Blaulicht ausmachen. Und ja, ich denke, wir werden uns nochmal einen Einsatz suchen. Und dann war es das, glaube ich, auch hier mit dem Video. Wir haben einen neuen Einsatz reingekriegt. Und zwar sind hier anscheinend zwei Leute, die sich gerade boxen oder sowas. Da müssen wir auf jeden Fall mal hinschauen. Ich werde auch gleich mal auf Distanz dann überlegen, ob ich da noch eine zweite Einheit ranziehe am besten. Oder ob ich das auch allein hinkriege mit so zwei kleinen 15-Jährigen oder sowas. Schauen wir mal. Äh, das war jetzt vielleicht nicht so klug, hier rumzufahren. Ah doch, das geht schon. Hier mit dem Motorrad kann man sich doch schön entlangschlängeln. Deswegen bin ich hier auch extra... Ja, habe ich mir extra das Strandgebiet hier ausgesucht. Weil das hier einfach dann mit dem Motorrad richtig viel Spaß macht. So. Wo sind sie denn, die Kollegen? Hier müssen sie ja nicht irgendwo sein. Ah, da vorne boxen sie auch schon. Oh, zwei Weiber sind es. Ach du Scheiße. Äh, hören Sie... Hallo, hören Sie bitte auf. Hallo. Hey, Sie verletzen sich doch nur. Hey, hören Sie auf, kommt. Hey, hören Sie auf jetzt. War ich das oder war Sie das? Hören Sie auf, okay. Auseinander. Alle beide, auseinander. Hört auf. Hey, aufhören. Okay, die... Au. Okay, jetzt hat sie mich auch noch geschlagen. Ich werde hier auf jeden Fall mal einen Kollegen ranziehen. Mit zwei Mädchen auf einmal komme ich nicht klar. Okay, ich werde jetzt hier mal einen Kollegen rufen. Dabei kann ich aber schon mal versuchen... Hören Sie jetzt auf. Stehen bleiben. Hören Sie auf. Ah, Mist. Okay, ich renne mal der hinterher. Ich hoffe, der Kollege kümmert sich um die andere. Bleiben Sie stehen jetzt. Kommt, es hat doch jetzt keinen Zweck hier davon zu rennen. Bleiben Sie jetzt stehen. Gute Frau, bleiben Sie doch jetzt stehen. Kommen Sie. Au. Los. Hände hoch. Auf den Boden legen. Ganz ruhig. Hey, ich lag dir auf den Boden legen. Komm. Ich muss deine Freundin auch noch schnappen. Also jetzt beeil dich mal. Okay. So, sie sind erst mal verhaftet. Okay. Hey. Presslufthammer, was machst du schon wieder hier? Hier. So, schauen wir jetzt mal, ob wir die andere Dame auch noch erwischen. Im Presslufthammer hat die alles im Griff. Der kann sich hier um die andere Dame kümmern. Oder wolltest du mitfahren? Kümmer dich um die andere Dame. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir die noch erwischen. Aber ich denke schon. Wir müssen nur noch aufpassen. Wir sollten vielleicht nicht zu schnell hier fahren. Weil wenn hier einer joggt und mit dem Fahrrad fährt, der erschreckt sich, wenn ich hier mit dem Motorrad entlang fahre. Ich glaube, die müsste hier auf dem Parkplatz sein irgendwo. Da wurde sie geweldet. Ja, da vorne läuft sie auch schon. Ich sehe sie. So. Bisschen Angst. Ja, mal ein bisschen Blaulicht nochmal anmachen. So. Oder ausmachen. Ne, anmachen. So. Halt, Stopp. Hier spricht die Polizei. So, stehen bleiben jetzt. Bleiben Sie jetzt stehen. Stehen bleiben. Auf dem Boden liegen. Ich glaube, sie waren es auch, die mich vorhin hier geschlagen hat. Während ich die Dame hier noch verhafte, würde ich sagen, die Frau haben wir jetzt auch von unserem Kollegen mitnehmen lassen. Die fährt jetzt erstmal zum nächsten Polizeireminier. Entschuldigung. Aber ich bin ja noch angehalten. Okay. Ich möchte keinen Stress hier jetzt mit Ihnen. Tschüss. Ihre Sample haben Sie liegen lassen. Wollen Sie die nicht noch als Donut essen? Erstmal ein Selfie machen. Nachdem wir jetzt hier auch den letzten Einsatz vollendet haben, würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Mit diesem schönen Polizeimotorrad. Mit unserer wunderbaren bayerischen Polizeiuniform. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Lasst gerne richtig Feedback unter den Kommentaren da. Das bringt mir richtig, richtig viel. Damit ich mich verbessern kann und weiß, was ihr wollt, was ihr nicht wollt. Was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Servus, tschau, euer Walze. Servus, tschau, euer Walze.